Om Namaste Hari Om. Die folgende Mudra Abfolge stelle ich heute vor und zwar es ist eine Mudra und mit dem Mantra Om Mani Padme Hum verbunden. Wir nehmen am Anfang die Handflächen zusammen, bringen sie dann auf den Scheitel und das folgende Mudra, dafür bringen wir die Zeigefinger zusammen, die Daumen auf die Zeigefinger, die anderen Finger bleiben und dieses Mudra, das Mani Mudra kommt auf die Stirn, also die Daumen lehnen auf der Stirn und von hier öffnen wir ins Padme Mudra. Oder Lotus Mudra auf unsere Herzhöhe. Und von hier lösen wir dieses Padme Mudra und bringen die Zeigefinger und die Daumen zu einem Dreieck. Die restlichen Finger spreizen wir davon, bringen diesen Daumen so auf Nabelhöhe. Und dann bringen wir die Hände einfach nach unten. Die Daumen bleiben und die Zeigefinger zeigen jetzt zum unteren Bereich. Und von hier wieder Zeigefinger und Daumen zusammen, Dhyan Mudra auf den Oberschenk. Das Ganze verbunden mit dem Mantra. Einer. Dhyan Mudra auf den Oberschenk. 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 Namaste, danke